Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Wie geht es dir jetzt? Ich glaube, man muss gewinnen und verlieren können. Klar ist es trotzdem schöner gewesen, aber ich bin sehr gerne auf den zweiten Platz. Von so vielen Bewerbern den zweiten Platz zu machen, das ist trotzdem unglaublich. Ich kann es selbst noch nicht mehr glauben, dass wir gerade das Finale gemacht haben. Voll krass. Was geht einem durch den Kopf in diesen letzten Momenten, wo man Heidis Hand spürt? Gute Frage. Man ist komplett angespannt. Man kann es einfach nicht erwarten, dass sie es verkündet. Und ja, einfach die Spannung in sich ist unglaublich. Man weiß nicht, ob man nach oben, nach unten. Man weiß einfach nicht, was man gerade machen soll. Man steht dann einfach da. Und sei ganz ehrlich, hattest du schon ein Gefühl? Hattest du eine Tendenz? Nee, ich denke, jeder von uns drei, auch die Twins, die haben ihre Stärken. Der Main ist klasse. Ich hatte, glaube ich, meine Stärken auch. Ich denke, die Entscheidung wird schwer gewesen sein. Und deshalb, ja, ich hätte es auf jeden Fall nicht entscheiden können. Wenn du auf diese ganzen Wochen zurückschaust, was war so ein Highlight? Mein Highlight war definitiv eigentlich das Huppers Wasser Covershoot. Es war trotzdem ein wunderschönes Shooting. Wir hatten eine super Location. Es war unglaublich, einfach mal so eine Erfahrung auch zu machen für so ein großes Magazin zu shooten. Und ja, der Heli war auch nicht schlecht. Und wie sieht dein Tag morgen aus? Weißt du das schon? Na ja, mein Tag morgen, ich stehe auf, frühstücke erstmal sehr, sehr gut. Und dann fahre ich mit meinen Freunden noch nach Berlin, wo ich wohne. Und ja, dann schaue ich mir vielleicht nochmal das Finale an und mal gucken. Und dann erstmal ein bisschen Pause nach den ganzen Proben. Sehr gut. Hast du ein abschließendes Wort, abschließende Worte an deine Community, an die ganzen Fans da draußen? Auf jeden Fall. Ich danke euch allen. Ihr seid unglaublich. Ich bekomme so viele liebe Nachrichten von euch. Das ist echt, ich lese mir die durch und probiere so vielen wie möglich zu antworten. Es ist einfach, ja, ihr seid klasse. Danke euch.